Ja Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge der Forest. In der letzten Folge war ich ja in der Höhle wieder drin, habe mich meinem Erzfeind gestellt, dem riesigen Vaginamonster. Ich habe mich verloren, ich habe aber auch nicht gewonnen, denn wir haben es angezündet, wir haben es 10 Minuten verprügelt, aber irgendwie wollte es nicht sterben. Eine mächtige Vagina kann man nicht einfach so mit einem starken Stoß vernichten. Nein, wir brauchen auf jeden Fall Elektroteile, Alkohol und ein wenig Münzgeld und dann baue ich mir hier eine Kleingeldbombe zusammen und dann werde ich mich nochmal meinem Dämon stellen und mit ein bisschen Glück werde ich vielleicht diesmal gewinnen. Na, haben wir hier drin Fische. Ich habe Hunger, ich habe schon wieder Hunger. Ich habe immer Hunger. Ne, keine Fische drin. Wenn ich jetzt runter ins Meer rennen würde, hätte ich bestimmt welche. Okay, der Flieger war ja auch irgendwo hier. Ah, hier drüben. Alles klar, gehen wir hier mal hin. Dann hole ich mir hier die Teile ab. Ich bin gespannt, ob man wirklich diese Kreatur irgendwie zerstören kann. Ich habe ja ein Gefühl, man kann es nicht. Das ist so meine Idee dahinter. Vielleicht, wenn das nächste Update kommt. Aber jetzt aktuell, denke ich mal, ist diese Kreatur einfach unzerstörbar. Ah, hier drüben sind die. So. Boost. Elektroteile. Münzen. Ergeben. Atombombe. Kleingeld. Alkohol. Elektroteile. Atombombe. So, was sollte ich mal daheim nachbauen? Bisschen Kleingeld. In eine Flasche Alkohol. Und dann irgendwie eine Batterie und einen alten Ramm dran kleben. So, wo war die Höhle? Die war doch auch hier in der Nähe. Ach, hier drüben. Stimmt. Da drüben ist der Hai und da hinten ist die Höhle. Ich habe einen Tennisball. Hm. Kann ich das Vaginamonster mit einem Tennisball vielleicht ermorden? Kann ich eine Schildkröze mit einem Tennisball vielleicht ermorden? Rätsel über Rätsel. So viele Dinge, die wir noch rausfinden müssen. Okay, wo ist hier eine Schildkröze? Die wissen Bescheid. Die wissen, was ich vorhabe. Essen noch holen da hinten. Auch eine gute Idee. Ne, keine Schildkröte in der Nähe. Ich sprenger. Alles klar, wir holen uns hier ein paar Schokoriegel. Bam, Headshot. Flares nehmen wir mit. Die Riegel nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mit. Ah, hier drüben. Das hier nehmen wir mit. Ich werde mich noch einmal diesem Monster stellen. Vielleicht funktionieren die Atombomben. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es rausfinden. Genau drei Stück. Genau drei Stück. Sehr schön. Denn wegen dem Bug darf ich ja nie was überlassen. Ich muss immer alles wirklich genau aufverbrauchen. Sonst kann ich in der nächsten Folge keine Sachen einsammeln. Es regnet schon wieder. Alles klar. Ich habe die Kanone. Okay. Okay. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Dem Grauen in die Vagina zu blicken? Dein Augen hat es ja nicht. Ich denke mal, es ist auch blind. Es orientiert sich wahrscheinlich an diesen kleinen Händchen. Das sind seine Fühler. Aber es ist definitiv weiblich. Denn wir haben ja die Mutantenbabys gesehen. Na, komm schon. Wie ein echter Mann. Kann ich zwei auf einmal aufspießen? Leider nicht. Okay, wirklich gut darin bin ich anscheinend nicht. Der Fisch hier drüben hat gecheatet. Godmodus. Na, einen nehmen wir noch. Dann habe ich drei. Aber Leute, ich meine, dass ich nicht zielen kann, ist ja wohl logisch. Denn ich habe keine Augen, weil kein Schädel. Ein Wunder, dass ich überhaupt so lange überleben kann. Jeder andere wäre wahrscheinlich tot in meinem Zustand. Komm, kriege ich den nicht. Na, also. Damit ködern wir sie. Na, Kumpel, hast du Hunger? Nom, 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 nom. Den hier würde ich auch grillen. Wenn es hart auf hart kommt, würde ich ihn essen. Gut. Ich bin bereit. Gehen wir rein. Oh, da drüben ist eine Schuldkreuze. Moment, irgendwas noch essen. So. Okay. Was auch ziemlich cool aussieht. Sowas hier. Na, ein bisschen anders drehen. Oh. Dieser Lump. Geht hier einfach über meine Decke drüber. Boah, bei Höhlen ruckelt das Spiel immer sich so einen ab. Okay. Jetzt geht's wieder los. Ich bin völlig blind. Ich bin drin. Erneut in der Höhle. Na, wo bist du? Ich habe so ein richtig billiges Feuerzeug. Es taugt gar nichts. Hier her, Vagina-Monster. Na, wo bist du denn? Ah, hier drüben. Es fällt von der Decke und... Ne. Ich schieße immer wieder daneben. Ich bin im Grund. Alles klar. Plan B. Atombomben. Es hat eine Atombombe überlebt. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Dann haben wir die hier noch. Man kann es einfach nicht anzünden. Vergiss es. Vergiss es. Das Ding hier ist unbesiegbar. Definitiv. Ihr habt es alle gesehen. Ich habe wirklich alles verwendet, was ich verwenden konnte. Okay, raus hier. Ich meine, wenn nicht mal die Bomben funktionieren. Was dann? Dann habe ich wirklich keine Möglichkeiten mehr. Ich höre es immer noch. Sag bloß, es kommt raus. Das wäre mies. Kommt raus und zerstört meine ganze Basis. Ja, ich höre es noch. Okay, wir sollten durch den Wald rennen. Es ist ein bisschen verwirren, denn es könnte sein, dass es mich verfolgt, um rauszufinden, wo ich wohne. Hallo? Vaginamonster. Ich höre deine Lippen. Okay, wir rennen jetzt durch den Wald und versuchen, die junge Dame ein wenig zu verwirren. Das ist wie so eine Stalkerin. Sollte man auch niemals sagen, wo man wohnt. Am besten auch keine Handynummer geben. Das hier drüben ist meine Ex. Ihr wisst Bescheid. Oh, nein, 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 nein. Die rennen da hinten rum. Feuerzeug weg. Unauffällig. Okay, wir rennen zurück. Okay, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu der Basis, denn ich will noch einiges ausprobieren. Ich weiß gar nicht, funktioniert jetzt eigentlich wirklich der Garten? Weil andere haben ja geschrieben, man könnte dieses riesige Mutantenmonster mit einer Bombe vernichten. Wir alle haben gesehen, so was ist nicht möglich. Die Leute schreiben immer wieder sehr viele Dinge, die gar nicht funktionieren. Wahrscheinlich, weil sie das Spiel niemals selber gespielt haben. Ist so meine Theorie. Deswegen will ich mal versuchen, jetzt hier noch eine andere Pfeile zu testen. Und ja, die Nummer mit dem Garten. Ich habe mal einen hingesetzt und habe auch ein bisschen gewartet, ob irgendwas kommt, ob irgendwas wächst. Aber bei mir kam wirklich rein gar nichts. Ich habe ewig gewartet, da ist nichts gewachsen. Aber ich habe eine Idee. Und zwar, meine Theorie wäre es, wir sehen ja hier ab und an irgendwelche Blumen. Und es könnte sein, wenn wir die Blumen einsammeln und dann Garten bauen, dass dann irgendwie diese Blumen in dem Garten drin wachsen. Das wäre noch so meine einzige Idee. Aber ich selber habe noch nie gesehen, dass irgendwas im Garten wächst. Deswegen wird es Zeit, dass endlich die nächste Alpha-Version kommt. 0.02. Denn wir sind ja hier immer noch in 0.01b. Home sweet home, da wären wir wieder. Gut. Fangen wir mal an mit dem Bauen. Es wird schon wieder dunkel. Und zwar, wir müssen noch eine Wand hier hinsetzen. Die hier. Und die bauen wir so ein bisschen schräg. Oh, Moment. Kann ich hier eigentlich auch so ein bisschen reinsetzen? Ich versuche es. Machen wir es hier mal so hin. Alles klar, genau. So will ich es haben. Gut, es regnet schon wieder. Und es ist verflucht dunkel auf einmal. Von jetzt auf gleich wird es hier dunkel. Nicht mal ein Sonnenuntergang. Nicht mal der ist mir gegönnt. Ah, Moment. Moment. Ich muss mal hier drüben hin. Denn hier drüben hatte ich so ein kleines Lager. Ich habe mir hier nochmal so ein Holzlager hingesetzt. Mal sehen, ob es noch hier ist. Ja, selbst hier. Wenn man speichert und lädt, weil das hier war randvoll, dann ist das Lager wieder leer. Also selbst die Dinger hier kann man nicht speichern. Schade irgendwie. Ich hoffe, die ganzen Sachen funktionieren dann mit dem nächsten Update. Ich erfriere, ich erfriere. Aber der Regen lässt nach. Ich muss arbeiten. Ich muss meine Hütte zusammenkriegen. Bevor die Wilden kommen. Denn die werden gleich kommen. Komm schon, Beeilung, Junge. Ich will jetzt noch kein Feuer anzünden. What? Wo sind die hin? Die sind ja regelrecht explodiert. In alle Richtungen. Komm schon, halte durch. Was zur Hölle habe ich jetzt gemacht? Natürlich ein Feuer angezündet. Jetzt kommen sie angerannt. Die ganze Familie wird wieder kommen. Einer da hinten noch. Dann fehlt mir aber immer noch einer. Die Dinger hier brauchen sechs. Okay, jetzt zünden wir hier alles an. Machen wir es hier mal so richtig warm. Zwei auf einmal. Mann, habe ich Skill. Und hier grillen wir mal die Fische. Wo ist mein Fisch? Ah, hier drüben. Irgendwo hier unten in der Ecke drin. Irgendwo reingedrückt. Kriege ich zwei auf einmal an? Oh, nee, leider nicht. Alles klar. Mein Fisch. So. Lecker, lecker. Wow. Alles klar. Den hier kann man immer wieder zerstöckeln. Dann könnte ich hier noch was hinsetzen. Das wollte ich ja so oder so fertig bauen. Erstmal schön hier hinsetzen. Was haben wir hier drüben? Alkohol. Oh shit. Oh shit. Da kommen sie schnell hinein. In die gute Bude. Erstmal schön hier die Finger verbrannt. Oh, das brennt, das brennt. Das brennt schnell ins Meer. Ach. Alles klar, Leute. Ich bin bereit. Kommt nur her. Meine Hand ist bereit. Ohrfeigen werden verteilt. Batz, batz, batz. Ich besiege dich. Mit deinen Volksleuten. Auf die geilen Mutantenweiber habe ich auch keinen Bock mehr. Seit ich gesehen habe, wie die Frauen entstehen in der Höhle durch das Vagina-Monster im Larvenstatus, sind meine Sexfantasien hier ganz schön am Ende. Und die haben mich am Leben gehalten. Okay, okay, okay. Jetzt kommen sie alle. Die Sache eskaliert schon wieder. Ich wollte nur eine kleine Schlägerei. Und ein paar Körperteile einsammeln. Aber jetzt habe ich hier ein richtiges Problem. Wieso zur Hölle bist du denn drin? Schnell raus hier aus meinem Haus. Wow. Alles klar, der haut mich weg. Ich brauche einen Riegel. Der Häuptling. In die Flammen hinein. Er hat eine Halskette aus CDs. Brenne. Okay, die können hier durch. Keine Ahnung warum. So viel zu meiner Strategie. Na, komm hier drüben hin. Sie wollen ins Meer flüchten. Ich brauch unbedingt noch mehr Fackeln. Und der Häuptling ist natürlich wieder am Leben. Ist aufgestanden. Nein, 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 nein. Heute nicht, Kumpel, heute nicht. Heute nicht. Wenn die Hand nicht funktioniert. Die Flare Gun auf jeden Fall. Okay, wir haben gewonnen. Boah, hab ich eben gerade einen Schock bekommen. Auf einmal hier aus dem Sand raus. Sie hat sich vergraben. Der ist ja ein Gauner. Das hier sind richtige Vietnam-Taktiken. Toll, die liegen da unten. Und ich kann nicht tauchen. Alles klar, die Körperteile hier, die sehen wir nie wieder. Und der hier rennt weg. Und ich dachte schon, ich würde hier noch einen Schädel bekommen. Na gut. Ausgeträumt. Bauen wir die Mauer fertig. Auch wenn sie hindurch können. Was ja auch sehr ärgerlich ist. Arbeiten im Regen. So habe ich mir das damals nicht vorgestellt. In der Luft gefangen. Oh, hier drüben ist noch jemand am Leben. Ich hoffe, der hat zwei Schädel. Bams. Alles klar, Kumpel. Lass uns kämpfen. Die echte Männer. Boah. Nein, von hinten. Was für ein mieser Trick. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Renn. Ich muss überleben. Okay, der ist tot. Flare Gun. Ich wette, der kommt jetzt wieder mies aus dem Wasser rausgesprungen. Habe ich ihn jetzt endlich erledigt? Alles klar, du brennst im Wasser. Im offenen Meer. Unter Wasser brennt er immer noch. Das nenne ich eine Flare Gun. Und da hinten kommen schon wieder die neuen. Deswegen schnell den hier zerstöckeln. Dass ich hier ganz schnell was zusammenbauen kann. Ich glaube, der hatte zwei Schädel. Nein, hat der ja nicht. Mist. Mist. Was fehlt denn noch? Ein Stick. Ja gut, ein Stick ist kein Problem. Alles klar, jetzt habe ich den Stick. Wir haben hier die etwas hässliche Mauer. Dann grillen wir hier noch den Fisch. Oh, komm schon. Ich kann ihn nicht hinlegen. Auch ganz toll. Ja, der Fisch hier kann schweben. Und man kann ihn nicht einsammeln. Ah, sehr interessant. Ich habe Fische ohne Ende. Das ist ja ein nützlicher Bug. Ist ja super. Jetzt lege ich ihn hier hin. Ich könnte die ganze Basis hier mit Fischen pflastern. Tote Fische. Fische stinken. Gestank. Gestank schreckt andere Menschen ab. Ich habe so eine geniale Idee. Ich könnte hier... Mich anzünden. Nein, ich könnte... Warum hilft Wasser nicht? So. Und schon wieder neue Freunde. Gut, ich könnte hier so eine Mauer aus Fisch machen. Aus totem Fisch. Denn ich habe endlos viel. Alles klar, das legen wir hier hin. Und... Am besten noch einen hier am Eingang. Und ja. Die Vögel mögen es.